Herzlich Willkommen beim GWriters Video Blog. Heute mit dem Thema Gutachtenstil vs. Urteilstil und wie GWriters sie bei ihrem Gutachten unterstützen kann. Wir schauen uns dazu in diesem Video zu juristischen Gutachten einmal die beiden Stile an und stellen diese gegenüber. Einmal den Gutachtenstil, wo man mit der Fragestellung anfängt und sich zum Ergebnis hinarbeitet. Gegenüber dem Urteilstil, wo es genau andersrum funktioniert und man mit dem Ergebnis beginnt und dieses dann eben begründet bzw. herleitet. Im Anschluss schauen wir uns an, was die Kompetenzen unserer erfahrenen Jura-Ghostwriter bei GWriters sind und wie wir ihn unter die Arme greifen können. Beim Gutachtenstil geht es wie gesagt darum, er zunächst eine Fragestellung aufzustellen und dann zum Ergebnis zu kommen. Man fängt dabei mit dem sogenannten Obersatz an und schaut sich an, was muss überhaupt geklärt werden, welcher Fall liegt vor. Schaut dann im Gesetz nach und macht weiter mit der sogenannten Definition. Das heißt, man definiert einen Rechtsbegriff aus dem Gesetz, der eben zu dem genannten Obersatz passt und fügt das Ganze dann entsprechend in der Subsumption zusammen. Nachdem man diesen Prozess durchgegangen ist, kommt man dann zum entsprechenden Ergebnis, wo dann hoffentlich die Fragestellung beantwortet wird. Beim Urteilstil ist es wie gesagt genau andersrum. Diesen kann man allerdings nur bei sehr, sehr einfachen und eindeutigen Sachverhalten anwenden, spart sich dadurch allerdings natürlich eine Menge Zeit. Wenn der Sachverhalt eindeutig ist, kann man eben direkt mit dem Ergebnis beginnen und diesen dann begründen. Das Ziel des Urteilstils ist eine gelungene Herleitung und eine überzeugende juristische Begründung des Ergebnisses. Dabei ist es wichtig, dass man auf die Schreib- und Argumentationstechniken achtet, das Ergebnis nicht nur nennt, sondern wie gesagt auch ordentlich begründet. G-Writers hilft Ihnen auch, wenn Sie Ihr Gutachten erstellen lassen möchten oder eine Mustervorlage dafür brauchen, durch unsere erfahrenen Jura-Ghostwriter aus dem Bereich. Diese helfen Ihnen nicht nur bei der Schwerpunktsetzung, sondern bringen auch ausreichend Erfahrung in der Falllösung mit. Wir haben sehr, sehr viele Juristen bei uns in der Ghostwriter-Datenbank, die auch bei der Wahl des richtigen Gutachtenstils helfen können und diesen entsprechend dann auch anwenden. Diese bringen alle wichtigen Erkenntnisse der rechtlichen Problematik auf den Punkt und liefern eben auch eine rechtlich stichhaltige Argumentation, womit ja viele Studenten oftmals Probleme haben. Ich hoffe, ich konnte Ihnen hiermit näher bringen, wie G-Writers Ihnen dabei helfen kann, Ihr Gutachten auch erstellen zu lassen und Ihnen einmal die beiden Stile ausreichend gegenüberstellen. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.